Einmal von oben runter gesprintet. Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem 16. Spieltag der diesjährigen DEL 2 Saison. Nach dem Spiel des ESV-Kopfball-Rennen gegen die Eispiraten aus Krimiljau entstand. Vor einem ausverkauften Haus, 3100 Zuschauer, lautet 4 zu 1. Bei mir sind die Trainer der beiden Mannschaften. Zu meiner linken Trainer der Eispiraten Krimiljau, Jussi Tuorres und zu meiner rechten ESVK-Coach Daniel Juhn. Herr Tuorres, Ihr Statement zum Spiel bitte zuerst. Ja, congrats Daniel und Kalf Boren, 3 Punkte. Für uns, wir müssen einen Weg finden, um ein paar Gäste zu bekommen. Wir haben jetzt 3 Gäste in der Reihe, 1-5-1-5-1-Bar-Player. Wir haben 2 gegen Lanzhut bekommen, aber die andere war auf der Nette. Also, die Gäste haben die Gäste verändert. Wir hatten heute 2 Posts, 1 Crossbar, 1 disallowte Gäste. Wir müssen nur einen Weg finden, um das Bucke in der Nette zu schaffen, um ein Momentum für uns zu schaffen. Danke. Danke, Herr Tuorres. Ich darf es ganz kurz zusammenfassen. Er hat gesagt, das Wichtigste für seine Mannschaft ist, dass sie jetzt auch mal auswärts einen Weg finden, ein Tor zu schießen. Da tun sie sich ein bisschen schwer und am Ende sind es Tore, die das Spiel entscheiden oder das Spiel verändern und das ist ihnen heute nicht gelungen. Daniel, deine Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, guten Abend. Danke, Jussi. Kein guter Anfang. Der Rest der sechs Minuten, Krimicow aktiver. Wir waren wahrscheinlich noch mit Gedanken in der Kabine und dann gehen wir 2-0 in Führung. Das hat wirklich gut getan. Dann zwei ähnliche Situationen. Ein Tor wurde nicht gegeben. Zweiter im Slot, 3-4 Rebounds, da muss man ein bisschen besser sein. Zweiter Drittel, eigentlich will ich nicht so viel kommentieren. Dann ein bisschen kleine Ansprache und wir haben uns den letzten Drittel gefangen. Komischerweise hat das alles angefangen mit dem Fight von Prima. Aber so wurden viel zu viele Emotionen und dann natürlich ein wichtiges Tor von ihm. Es war allgemein kein schönes Spiel heute Abend. Beide Teams haben gut offensiv gestanden und es ist nicht einfach gegen fünf, wenn die Teams mit kompakt fünf Leuten spielen, da durchzukommen. Es waren drei Arbeitsdreipunkte, welche natürlich für uns wichtig sind. Gerade heute, von Ausdruck auf dem Haus, freut uns das. Ja, aber kein schönes Spiel. Aber drei Punkte bleiben wir im Kaufporen. Und das ist natürlich wichtig und auch solche Spiele musst du gewinnen. Vielen Dank. Danke Daniel. Eine Nachfrage noch. Jiri Lachsun ist heute zurückgekommen nach einer Verletzung. Wie wichtig ist er für deine Mannschaft? Ja, wir haben mit Jussi vorher darüber gesprochen. Jiri kann alle Situationen spielen. 5-5, PK, Powerplay, Face-Off. Sehr wichtige Mittelstürmer für uns. Und natürlich sind wir froh, dass diese kranken Spieler langsam zurückkommen und hoffentlich können wir nach dem Deutschlandkampf Pause endlich, endlich, seit Anfang der Saison komplett zu spielen, komplett zu trainieren. Und das ist natürlich jetzt wichtig. Und wir hatten viele verletzte Spieler gehabt und nie komplett gewesen. Deswegen sind die Punkte enorm wichtig und Antwort auf Ihre. Ja, wir sind froh, dass er zurück ist. Danke. Ein Spiel haben wir noch bis zur Pause am Sonntagnachmittag in Selb. Wenn es zu Hause eigentlich immer gut geklappt hat die letzten Wochen, hat es auswärts nicht so geklappt. Warum wird es am Sonntag klappen mit dem Sieg in Selb? Ich weiß nicht. Vielleicht hole ich irgendwelche Junker, wie in diesen Millionen Spielen. Keine Ahnung, wieso es nicht auswärts läuft. Wir versuchen natürlich alles, dass wir das letzte Spiel vor Deutschlandkampf gewinnen. Selb muss auch schon anfangen zu gewinnen. Er hat Qualität im Kader. Und wir werden, wie gesagt, wir werden alles dafür geben, morgen trainieren. Und dann versuchen wir irgendwelche Punkte in die Pause mitnehmen. Wir werden sehen nach 60 Minuten. Dankeschön. Wie schon angesprochen, wir gehen jetzt in die Deutschlandkampf-Pause. Es geht weiter heute in zwei Wochen erst. Mit dem Heimspiel gegen den EV Landshut, 15.11.1930. Ganz heißer Tipp, sichert euch die Tickets. Sie werden knapp mit der Zeit. Für heute soll es das gewesen sein. Von dem Spielen unseren Gästen und guten und gesunden Nachhauseweg nach Kreml. Ein schönes Wochenende und eine schöne Deutschlandkampf-Pause. Bis in zwei Wochen. Gruß aus Kaufbeuren. Ciao.